Der Vormarsch des 30. Korps wurde von der Kampfgruppe Leer gestoppt. Damit wurde dem Feind die Hoffnung auf einen schnellen Sieg genommen. Trotzdem drängen sie weiter in Richtung Arnheim und Deutschland. Die Feindbewegungen lassen vermuten, dass sie versuchen werden, bei Best den Wilhelmina-Kanal zu überqueren. Die Kampfgruppe Leer soll die Brücke zerstören, bevor das 30. Korps eintrifft. Geben sie alles. Und ja, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht, was wir zu tun haben. Auf, auf! Die Mutter sagt, das Haus ist zerbombt. Kein Dach mehr. Man hat die ganze Familie zum Onkel nach Duisburg gebracht. Sag mir, Bruderherz, wo für ein Gottesnamen kämpfen wir hier überhaupt? Das Vaterland liegt in Trümmern. Wir haben kein Zuhause. Wenn du jetzt aufgibst, haben wir für nichts gekämpft. Lass dich doch nicht von ihrer Propaganda täuschen. Amerikaner! Milch, Milch, Milch! Die Laufzeh! Die Laufzehung! Na toll. So. Amerikanische Fallschirmjäger, verteidigt eure Stellungen. Gruppe für Terwesserung in euch. Gruppe, bereits. Wir machen, überwässerungen eingeleitet. Viel ist es ja nicht, was wir hier haben, wie es aussieht. Schützendrott, bereit. Gruppe für Terwesserung in euch. Ja, rein. Ja, okay. Maut mal. Panzerbrechen hervor. In Bereitschaft. Wie weit? Feindliche Einheit vernichtet. Ruhlt euch die Waffen. Ja, dieser. Ja, mach deine Granate, los. Die Kampfgruppe hat die Verteidigungs- Die Kampfgruppe mehr als wieder einmal ihre Schlagkraft unter Beweis gestellt. Der Feind wird niemals in der Lage sein, die Effizienz unseres Unterstützungskommando-Gebäudes zu erreichen. Okay, wir gehen mal weiter. Wir müssen uns weiter verteidigen. Oder hol dir erstmal die Sachen, was er gesagt hat. Bereits für den Kampfeinsatz. Neue Koordinaten erhalten. Schon unterwegs. Nicht genug Arbeitskraft. Das wird wahnsinnig. Wir können gar nicht verlieren. Wir haben dem Feind erneut einen vernichtenden Schlag zugefügt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gut. Rambazamba. Rambazamba. Ja, mach henne ich. Ja, komm. Das Feuer verlagert. Das Feuer verlagert. Der Feind wird von Stunde zu Stunde schwächer. Ab ins Gebäude. Das Feuer verlagert. Mein Gott. Die Kampfprobeleer ist nun in der Lage die Vorteile decken. Okay, gehen wir da hin. Das gefällt mir hier alles nicht. Bring mal den da hin. Neue Koordinaten erhalten. Setzen uns in Bewegung. Äh, ich brauche Einheiten. Gott sei Dank. Uns steht jetzt ein Flakpanzer Wirbelwind zur Verfügung. Oh. Oh, wir haben Sachen zum Auswählen. Panzerabwehrtaktik, Luftwaffentaktik. Äh, Panzer. Ich gehe mal auf die Panzer. Treffer. Los, weiter. Ähm. Wir brauchen mal dringend irgendwie. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sprechen Sie. Schaffen Sie uns hier raus. Nach da drüben. Schnell. Tarn. Tarn. Sie sind vernichtet. Neues Ziel bequenzen. Sie vernichtet. Ja, du bleibst mal hier. Du versuchst sie mal hier wegzumachen, bevor die Wuppe hier ankommt. Sie sind geschreitet. Das Zielverbot hat die Stoffleitung wurde durchdrennt. Der Höhe und Druck fällt. Ich effekte sie aus. Was ist denn hier los? So, da ist Ruhe. So, wir sind hier echt ein bisschen tricky. Äh, was ist hier los? Wo kommen die hin? Ich gehe mal hier hinten rein. Was haben wir hier? Panzer 4. Jawoll. Jetzt geht's rund. Nicht genügend Arbeitskraft. Oder auch nicht. Verdammt. Ah, ist das ätzend. Ähm. Telamin. Nehmen wir mit. Ah, wir brauchen hier mal echt Verstärkung. Marder Jagdpanzer können wir bauen. Da kommen wir nicht mehr lang. Marder Jagdpanzer ist ausgelöscht. Die Munition ist zum Problem. Oh, hier kommt es doch nicht voran. Nicht noch gedöhnt. Echt nicht. Stromgewehrgrenadiere. Ja, jetzt reicht's noch mal langsam mal hin und hier. Mach doch mal weg hier. Feindliche Infanterie ausgeschaltet. Feuer. Wir sind alle tot. Das Feuer verlagert. Eigene Momenten anfangs. So. Wir stellen dir unseren Beschuss. Sehr gut. Jetzt mach den noch weg hier. Neues Ziel. Aber was ist hier los? Wo kommst du denn eigentlich her? Herzlich. Wir verwalten neue Instruktionen. Bereits in Horvick. Wie laut die Wege zu nehmen. Wenn wir hier sein, haben wir die uns fest. Das ist die Technik in Stadril. Wir haben hier geschehen. Bereits in Horvick. Mannschaft bereit. Brauchen wir uns Befehl bestätigt. Ja. Wir empfangen sie laut und klar. Fahrer, nehmen Sie Ihre Verhandlung an. Meine Güte. Besetzt die Kiste in Bewegung. Wo ist mein Goliath? Ach, kann ich nicht bauen dort. In unserer benarkenswerten Schlagkraft ist eine weitere feindliche Einheit zum Opfer gefallen. Sprechen Sie. Jawohl. Rücken ab. Bereit. Ja, da können Sie ja nicht rüberkommen. Das heißt, Sie können ja nur von da mit Panzer kommen. Sprechen Sie, wir rücken jetzt vor. Wir geben uns ein feindliches Gebet. Sie sind alles offen. Das Feuer verlagert. Gefahr wird von Stunde zu Stunde schwächen. Die drei Grenadierer sind einsatzbereit. Aber dann. Ja, gut. Herrgott, nochmal. Grenadierer bereit. Zielbereich erfasst. Geben Sie um die Runde. Die feindlichen und behaupten. So, wir gehen mal nach hinten hin. Mein Panzer Grenadierer. Okay. Sie ziehen sich zurück. Kampfgruppe leer. Wir müssen weitere Befehle abwarten, bevor wir zum Sturm ansetzen. Okay. Zu den vereinbarten Positionen zurückziehen! Zu den vereinbarten Positionen zurückziehen! Der Grenadierer ausgeruht und bereit für den Kampf. Fall sich der Einheit auf. Die amerikanischen Fallschirmspringer landen direkt auf unseren Köpfen. Sie haben bereits die Brücke erobert. Hier. Und ein paar Absprungzonen gesichert. Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass ein Großteil der Kampfgruppe noch unterwegs ist. Wir müssen best halten, bis Voss und die Einheiten aus Falkenswart eintreffen. Aldrich, mobilisier die Männer. Schalte die Absprungzonen aus und halte das 30. Chor auf, bis Voss und die Kampfgruppe da sind. Na, du hast ja Nerven. Womit denn? Kampfgruppe, zuhören! Unsere Vorposten haben fünf große Absprungzonen in dem Bereich markiert. Die Positionen müssen gesichert werden, um weitere Absprünge zu verhindern. Infanterieeinheit bereit für Verbesserungen durch. Ja, ich versuch's, ja. Aber ohne, ähm, Zeugs ist schwer. Was haben wir denn da? Hard-Kern-Munition, Hetzer-Panzer. Guck mal, nebenbei. Sehr schön. Fällt mich gut. Nochmal Panzer-Generdiere. Du schießt hier. Also das hier müssen wir mal irgendwie in die Luft jagen, dass die hier nicht mehr rüberkommen. Hören Sie? Verbesserungen eingeleitet. So, wie sieht's hier aus? Panzer-Generdiere auf dem Schlachtfeld. Die werden repariert. Holt euch die Sachen. Ein Sniper wär hier gut. Wenn ich nur einen Sniper hätte. Jawohl. Dann holt euch das hier. Ich hoffe, bemannt die Waffe. In Bereitschaft. Okay. Den haben wir. Das heißt, wir werden uns jetzt mal... hier sichern. Ich will, dass das Maschinengewehr sofort klar gemacht wird. Hier, Grenadiere! Du kannst... Du kannst... Teller minen... Ich würde gern mehr Sachen bauen, kannst aber nicht. Weil uns definitiv... Weil uns definitiv... Momentan die Power fehlt. Das ist... Ah, es ist ätzend. Das ist so ätzend. Bereits, Ihre Befehle auszuführen. Also, da kann nix mehr kommen. Wir sagen, die würden uns reparieren. Das heißt, wir schicken das Ganze mal nach da hin. Jawohl. Setzen uns in Bewegung. Na, hier ist... Wir sind bereit, Kommandant. Leise. Los. Dürfte eigentlich auch nix anbrennen. Protzer Grenadiere, einsatzbereit. Reine das Gebäude. Gehen wir da rein. Infanterieeinheit, bereit für den Abmarsch. Okay. Gruppe führt Verbesserungen durch. Gehen wir da hin. Position notiert. Gruppe setzt sich in Bewegung. Ich hab so das Gefühl, das wird nicht ganz so leicht werden. Die MP44 wurden an die Männer ausgegeben. Sehr schön. Wie weit bist du denn hier immer noch nicht fertig? Ja, wahnsinnig. Ich würde gerne den Jagdpanzer bauen. Können wir auch fast bauen. So, hier ist mein... Ja, sprechen Sie. ...Tesor. Verstanden. Bestätige Zielposition. Schütze, Panzerschürzen. Können wir beides machen. Können wir auch beides machen. Panzergrenadiere erwarten Befehle. So, können wir hier was bauen. Kompanie. Können wir hier... ...am Platz hier nicht für ihn reinbauen, ne? Ätzend. Okay, machen wir mal folgendes. Du gehst mal ein bisschen ein Stückchen vor. Schützengruppe rückt ab. Gucken wir mal, ob wir das... Wir haben die Verbesserungen abgeschlossen. ...das einen hier wenigstens holen können. Vergrößert die Abstände. Schnell. Vergrößert die Abstände. Schnell. Vielleicht können wir uns ja den schon mal... ...Auf nicht! Reif hier das Helium in den An. Wir haben die Aachen. Wir haben die Verbesserungen abgeschlossen. Alles klar, dann holen wir mal. Ja, und machen wir es damit. Die sind echt gut hier. Wirbelwindpanzer. Holen wir uns das mal. Das heißt, die kommen hier hinten nicht rüber. Das heißt, wir müssen es ja... Okay, die haben ja... Natürlich, die haben ja die Fallschirmjäger. Das ist nur ein bisschen tricky. Ah! Oh! Raus, 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 raus. Wo schlägt sie ein? Da schlägt sie ein. Raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Ja, aufpassen. Ähm... Panzer. Ich überleg' grad, was sinnvoll wäre. Bereit machen, Männer. Der Fehler vom Kompanieführer. Kampfgruppenkompanie. Panzerjägerkommandateur. Panzerunterstützung. Ja, das nehmen wir mit. Genau, wenn's geht, upgraden, was das Zeug zählt. In Bereitschaft. Ich will, dass das Maschinengewehr sofort klar gemacht wird. Infanteriegruppe, bereit. Führe die Gruppe zu der Position. Bestätigt. Davon hätte ich gerne mehr. Hier sind schon wieder Flugzeuge. Baumaßnahmen abgeschlossen. Kompanie Kampfgruppe, bereit für den Einsatz. Ja, sehr gut. So. Antipanzer. Truppenstärke. Ich hoffe, bereit machen. Macht euch bereit zu marschieren. Ähm... Der wär nicht schlecht. Kamerad nicht. Ähm... Hier. Ja. Das Oberkommando hat uns mit verbesserten Reparaturmöglichkeiten ausgestattet. Oh, sehr schön. Truppenstärke sollten wir auf jeden Fall erhöhen. Männer, Antipanzergranaten zur Panzerbekämpfung stehen zur Verfügung. Ja, wär nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen was legen könnten. Begitt mit dem Bau. Ja, ihr bleibt. Empfangsbereit. Wir können auch keine Verteidigung irgendwie bauen. Das ist echt ätzend. Position notiert. Bestätigt. Von uns aus, kann es aufgehen. Ihr bleibt da. Nur falls sie irgendwie frech werden wollen. Und da muss ich mal was reinjangen. Wir sind nun in der Lage, größere Einheiten aufzustellen. Bereit für den Kampfeinsatz. Verdammt, nicht genug Munition. Wir sind gleich da. Können wir nicht bauen. Ärgerlich. Gerade etwas ärgerlich. Gerade ein bisschen eingeschränkt. Artillerie, raus aus dem Zielbereich. Schon wieder. Im Hof sammeln. Der Verein greift uns an. Mg-Trupp bereit. Maschinen-Gewehrtrupp in Bewegung. Oben, oder was? Nervig. Wir gehen uns zu neuer Position. Haben immer noch Feindkontakt. Stimmt. 001-B gewoon Mentor Martin. imentor Martin. Untertitelung des ZDF, 2020